Hallo und willkommen auf meinem Kochkanal. In diesem Video zeige ich euch, wie man Coutons selber machen kann. Ich habe hier vier Scheiben Toast und eine Knoblauchzehe. Im Toast schneide ich erst in den Balken. Je feiner um, desto besser drehe ich es einmal um und mache feine Würfel draus. Die Pfanne habe ich nun erhitzt. Da gebe ich etwas Olivenöl hinzu, ganz wenig von der flüssigen Margarine. Knoblauch zerrück ich einmal und lege sie dann dazu, damit das Öl den Geschmack vom Knoblauch annehmen kann. Jetzt röst mal kurz Knoblauch an. Sobald der Knoblauchzehe etwas Farbe angenommen hat, holen wir sie raus. Jetzt hat das Öl genug Geschmack angenommen und wir geben die Glutasen zu. Wir würzen die mit Salz. Knoblauchzehe etwas Knoblauchzehe etwas Knoblauchzehe etwas Knoblauchzehe. Sobald die Croutons eine schöne Farbe bekommen haben, schalten wir die Herdplatte aus. Lassen die Croutons trotzdem noch ein paar Minuten in der Pfanne drin, damit restliche Flüssigkeit, Feuchtigkeit im Crouton ausdampfen kann. Sollten die Croutons feucht sein, kann es passieren, es anfangen zu schimmeln nach ein paar Tagen. Deswegen lieber 1-2 Minuten länger in der Pfanne lassen. Dabei ständig schränken, nicht das noch anbrennen, weil die Pfanne noch sehr viel Leistung hat. So, die Croutons sind fertig. Schön kross und würzig. Und dann habe ich, was wir auf dem Breaking dei Geist. Wir müssen den Knoblauchzehe etwas Knoblauchzehe etwas Knoblauchzehe. Wir müssen den Knoblauchzehe etwas Knoblauchzehe. Wir können die Schmerzehezehe etwas Knoblauchzehe. Vielen Dank.